Die Jungfrau kommt halt nicht mehr. Es tut mir sehr leid. Nein, sie kommt halt nicht mehr. Die Jungfrau kommt nicht mehr, denn sie ist keine Jungfrau. Hey, steif noch! Hast du dich bedient? Ja, ja! Ein wenig was wäre noch über! Sei noch warm! Sie ist noch warm! Lauft nicht so schnell, Weib! Lauft nicht so schnell! Ich komm euch nicht nah! Komm! Komm, mein Bank soll der Wurm sein! Ich sag' mal! Lass mich, mein Kittel! Ruhe! Sieht weiter! Ich bin auch blond, gefärbt. Ich bin liebe Blondes. Nein. Gerla. Das ist so eine Sache. Ich bin dein Kessel rein. Danke bitte. Nicht bitte. Danke. Boden ist eine Kette befestigt und an dieser Kette der Lösungsbuchstabe. Viel Glück. Ich dachte, das ist eine Naseküche. Nein, das ist Lime. Was ist das? Ich weiß nicht. Da hast du wohl recht. Nein. Wird es bald? Nein. Hast du den Buchstaben? Ja. Kann sie den lesen auch? L? Jetzt nimm mal von der Priezen. Ein L. In der Handfuhr. L wie? Liebe. Sehr schön. Links, da vorne ist es da. Oh! Ah! Jetzt wirst du es. Ah! Erst! Nein. Ja, aber jetzt ist es wieder vorbei. Ah! 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 Wow. Es schickt mich nach vorne. Zwei. Hallo. Hallo. Hier sind die Zahlen. Wie guckst du das? Wohl wenige. Das ist auch gut. Wo kommt der? Ein Moment von denen. Vielleicht sitzt der Garten. Ja, das sind vielleicht Vogelscheu. Das sind nicht Vogelscheu. Sieh, was ist denn? Das sind echte Menschen. Aber du kriegst nicht das Papier. Du auch? Ja, das ist auch echt. Ich hab jetzt schon. Habt ihr uns sonst noch was mitzuteilen? Gott zum Gruße. Vielen Dank. Weiter gehen, weiter gehen. Geht zu? Nein. Das stimmt. Weiter. Ich sehe absolut nichts. Oh Gott. Oh Gott. Das war eh eher. Ich hab mich in den Kopf gehauen. Oh Gott. Nein, da sind mehrere. Oh Gott. Oh Gott. Da steht einer. Buchstaben suchen. Wer ist er? Der hat so was drum, der hat eine Fahne. Was? Die Höhne. Oh Gott. Das geht nicht. Da ist der Hülle. Da ist er, der Hülle. Komm her. Das ist der Hülle. Was hinter uns auch? Ja, ja. Fliehen! Wohin? Meine Errichtung ist immer wieder. Wollen Sie was fliegen? Nade! Nade! Au! Au! Blut! Blut! Frisches Blut! Und eine Jungfrau bringe her! Noch wahrer muss es sein! Viermeisterin! Kerstin! Ihr nehmt das Symbol! Aber seid behutsam! Diebe! Schnell! Blut! Haltet ihr allein! Frisches Blut! Eine bringe her in Ketten! Halt euch! Total blau! Aber haltet ein! Ich würde euch bitten! Eines ist Opfer! Nein! Einsteigt ein! Na ist das Leiband! Nein! Männer an die linke Seite! Frauen an die Hände! Von dir aus gesehen oder von uns aus gesehen? Halt euch! Sitzen! Angenehm! Deswegen hat er gesagt, der Schiff wartet schon! Fangen wir mit dem Boot über das Meer! Sieht am Seil! Sieht am Seil! Sieht am Seil! Warte, ich nehme die Kamera! Soll ich dir die halten? Sieht! Sie hat auch schon den Ton! Sieht am Seil! Sieht am Seil! Sieht am Seil! Ihr Schweiglinge! Was ist mit euch? Keine Peitschen für die Sklaven! Fertig! Zwei! Warte! 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 Schau mir recht! 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 Aaaaaaah! Halt! Möcht' ich müssen rechnen! Du bist du. Du bist du! Die Beste? Die Beste ist das. Die letzten Zucker. Die machen wir uns im Opa. Du sagst es gleich. Aber du kannst nicht kitzeln. Vielleicht kriegen wir mal einen Bockstamm. Wie ist es? Schau mal. Auf jeden Fall ist es ein Mann. Nicht Bauchmuskeln, Entschuldigung. Die können Frauen auch haben. Seid so ungezogen. Er kann weiter sterben. Siebenmal noch. Jetzt war es super. Haben Sie das Rätsel schon gelöst? Nein. Dann bitte mit so einem Vorwagen. Ihr seid zu sechst. Oh Gott. Was ist? Da hinter mir steht schon wieder einer. Oh Gott. Ich habe echt noch den Abend reich. Du hast mich erschreckt. Oh Gott, da ist schon wieder hinter mir. Oh Gott. Du hast mich. Oh Gott. 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 Verdammt. Oh Gott.